Are you back? I am ready and I am auf Aufnahme. Und du so? Arnig? Ja, ähm, er hat keinen Plan, aber ich schon. Ja, ist auch so schlimm, ne? Wir haben immer Pläne, die ins Nichts führen. Das ist das Beste am ganzen Tag. So, ähm, jetzt mit 50 Kilo leichter. Ja, ich hab kurz, nee, egal. So, ähm... Hast du schnell Hardcore gekappt? Der kann schon 15 Kilo, oder 50 Kilo schiffen. Also... Keine Ahnung. Nee, Hardcore war ich nicht. Auch nicht Slow Mad, keine Ahnung was. Nee, war nur... War nur, ähm, Wasser. So. War nur die Niere. So, hab ich hier was? Yo, ich hab was davon kaufen. Also, ich geh dort bei den Lava Blooms verkaufen, ne? Äh, bei der Florestin. Wo war das hier wieder? Wo war das hier wieder? Wo sich da nicht... Äh, äh... Oh, ich hab einen Stone Dagger bekommen. Scheiße, man kann das Ding nicht nur auf einen Master upgraden, sondern auch noch auf Legendär. Ja. Aber du kannst noch nicht upgraden, oder? Nö. Aber halt in, in den Collections sieht man das. Von Flimsy to Standard, von Standard to Fine, ähm, dann Exzellent, dann Monster Work und dann Legendary. Oh, nice. Also, es gibt genügend Dinge, die wir hier machen können. Ich hab... Lava Bloom war ja die Phlogistin, ne? Ich hab mein, äh, Dingens, mein Wildschwein wiedergefunden. Und es hat, es, es hat hier die ganze Zeit gegen andere Wildschweine gekämpft. Auch schön, also das ist kein Ding, ne? Ja, da bei Ibis war quasi... Ich hab mir so angewöhnt, ähm, so ein bisschen, ein Ding her, dass ich für eine Aufnahmesession immer so einen Liter Tee dabei habe. Leider Gottes, gestern, was ich auch mal gemacht habe, äh, ich glaub Skyrim war gestern dran, genau. Hab ich immer noch so einen, sag ich mal, ne Tasse Tee über. Und die trinke ich jetzt, hab schon aber einen Liter Tee, äh, heute noch gemacht. Also, ja. Bin im Verzug! Und irgendeine Wasserzufuhr muss man ja auch irgendwie hinkriegen. Weil, ja, Wasser und so soll ja... Also, ja, Wasser selbst, aber ich hab jetzt Tee gemacht. Ich denke, es geht ja auch gut. Ich weiß nicht, was du hier aktuell trinkst. Du hast ja, glaub ich mal, Patrick, du hast dir mal auf, ähm... Sag mal so, du hast ja bisschen auf Energydrinks Verzug oder Entzug gemacht. Irgendwie sowas, ne? Ja. War das ja? Wie? Das war ja mal, ne? Mit Energydrink Entzugs oder so ähnlich. Genau, genau. Das hab ich letztes Jahr gemacht. Letztes Jahr, das klingt zu weit entfernt. Dabei ist es nur 30 Tage, nicht mal. Also, Stand der Aufnahme, 27. Erste. So. Ist eigentlich nichts. So. Ne, aber das, äh... Ähm... Das hab ich wirklich gemacht. Und ich kann... Das kannst nur jedem empfehlen. Es ist zwar hart, aber... Ja... Du, ich verzichte auch ab und zu mal auf Sauerstoff. Also... Das ist kein Ding. Schafft jeder. Sauerstoff verzichten. 2-3 Tage, kein Ding. Ja, es gibt, es gibt Dinge, die okay sind. Wie zum Beispiel Energydrinks, weil es ja auch nicht lebensnotwendig ist, aber... Wenn man dann, ähm, Essen spart und Co. Dann wird's irgendwann mal dann auch nicht grad so lustig, ne? Ja, das... Äh, die Schweini. Aber eben, das mit dem Energy... Ich komm ganz gut klar. Ich trinke jetzt zwar noch Energy ab und zu, aber... Viel weniger. Ist auch schon. Und, ja. Ich hab dafür... Ich fühl mich einfach besser. Ja. Ich fühl mich, seitdem ich dieses Jahr jeden Abend ein Glas Wein saufe, auch besser. Also trinke so. Ne. Mach ich nicht. Du säufst. Ja, immer ein bis zwei Flaschen am Abend. Ist doch nicht schlimm, oder? Ja. Aber... Ist halt Corona-Zeit, ne? Musst dich halt anpassen, der Gegebenheiten. Ja, das liebe Corona ist an allem schuld. Nix mehr hier. Oh! Das nicht wahr. Bei der Kollegin, die früher Upgrades gemacht hat, kann man nun das Eisen zerteppern. Echt? Echt? Ja. Gibt nur ein Eisen, von dem her. Wow. Kann ich... Das sieht... Das Fett sieht viel größer aus, als früher. Ähm... Was war der nächste Quest, den wir machen wollten? Oder wollten wir überhaupt was machen? Ähm... Was? Ich glaube... Ich glaube, das ist... Frostfall. Ich habe glaube ich noch eine Quest bei dem Typen da unten, wo ich ihm Honeycamps geben muss. Also... Ich glaube hier, Asher Island, das ist nur ein kleines Ding des Ganzen. Und das ist, glaube ich, eher ein Vorgeschmack vom Ganzen. Ich bin da... Ja, hier Azura. Gut, Farmland kann ja auch hier ein Bezirk von Azura, Asher, was auch immer sein. Hör, hab ich das eigentlich in Favorites? Ne. Einen Hut, ich kriege hier einen Hut. Greenskull Peak. Climb the Greenskull... Also, ich... Ich schaue jetzt mal die Quests an. Der Amulett. Jo. Mach ich die Augen, okay. Dagege ich einen Dagger. Ähm... Puck... Äh... Suspicious lady under the dogs asked me to search the boats around Azura for events and lost an Amulett. Ah, die habe ich schon abgeschlossen. I found a ladder. Quest complete. Und dafür habe ich ein Schwert bekommen. Was? Ein Standard. Ich hab... Ich hab geschlossen. Ich hab ein spezielles Schwert bekommen. Ein Pucks Dagger, ne? Ein Pucks Dagger. Ähm... Wie... Wie... Wie schließt du das ab? Ähm... Ich... Du musst einen Brief finden. Okay, wo ist der? Äh... Der ist irgendwo unter den Docks. Oder so. Äh... Was war's los? Ach... Unter den Docks. Wollen wir mal kurz. Also hinter dem ganzen Quatsch da, oder wat? Ah, Puck hier. Ich muss das mit dem... Mit dem Eck machen. Mit dem... Eider. Ich muss irgendwelche Goblins kloppen dafür. Kannst du mal gucken? Äh... Weißt du das noch? Wo der... Wo so ein Brief war? Ja, irgendwo bei den Docks. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo... Ich hab den irgendwie bekommen. Ich... Ich weiß... Nicht mehr wo. Oder auch... Auf der anderen Seite der Insel unter den Docks? Das kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann dir absolut gerade nicht sagen, wie... Wann... Ja gut, jetzt heißt das eben... Ähm... Ask me to search the boats around Azura... Für... Für ein Amulett. Also... Ah, so. Auf irgendwelchen Booten. Ja, so sehe ich das eben ja auch. Es gibt ja viele Boote. Also wenn ich das richtig sehe, ne? Ask me to search the boats around Azura for... Äh... Kann auch in den kleinen Booten hier drinnen liegen. Also es kann ja... Das große, ein kleines sein. Da gibt es ja alles. Mhm. Das kann überall sein. Ich... Ich habe einfach irgendwas alles mal abgesucht. Vielleicht auch auf den versunkenen Booten oder... Irgendwie so... Ich... Ich... Ich weiß es nicht mehr. Sorry, Ted. Ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Vielleicht sehe ich das mal in der Aufnahme und denke mir... Gott, bin ich dumm. Ja, das ist doch überhaupt. Immer. Generell. Aber ich gehe jetzt Goblins kloppen für das Ei. Die ist auch ne Copper Key. Also ne Copper Chest. So mein ich. Das ist doch doof. So und hier drinnen... Ist ne Karte von ner Dingens und hier ist ne Bits Chest. Okay. Jetzt gibt es auch noch ein... Man braucht einen Schmugglerschlüssel. Ja. Jetzt ist aber Head hier. Man braucht... Es gibt mehr Kies. Also nicht nur Silber, Copper und Co. Es gibt auch noch Schmuggler-Kies. Oh. Es wird aber... Langsam fehlen hier. Ich meine ja nur, ne? Ja schon. Also irgendwann werden wir hier dann sterben. Dann Wildschwein kommt mal zu dir. Es war die ganze Zeit bei mir rumschwirren. Ja, ich habe es zu mir gerufen. Darum kommt es jetzt. Mit Angel, die ich nicht benutzen darf. Oder kann besser gesagt. Ist auch ganz komisch. Angeln, die ich nicht bedarf benutzen. Ja genau. Ich gut Deutsch. So. Tote Fische. Aber wo könnte dieses Kack-Ei sein bei den Goblins? Der Deal! Ich habe ihn gefunden. Das am hintersten Schiff überhaupt. Okay. Gut. Das letzte Schiff. Das ist immer das letzte Schiff. Egal was du machst. Immer das letzte ist es dann. Das ist so doof. Du Scheiße. Ich sterbe fast wegen Goblins. Deswegen Fallschaden. So schnell heilen hier in der Ecke. Bevor ich gegen Goblins fighte. 5 bis 4. 1 bis 3. Aber Speed, ne? Und Crit Hit. Das Ding hat echt einen guten Crit Hit. Ich behalte das Schwert. Also ich behalte das Schwert. Ich auch. Ist zwar ein bisschen schlechter von der Leistung her. Aber wir können ja mal gucken hier im Logbuch. Ist das bestimmt freigeschalten jetzt, ne? Gut. Man sieht ja nicht wieviel. Aber es kann ja auch hochgeskillt werden. Übernehmen wir. Alles okay. Ähm. Ich habe jetzt einen Seestellen. Was hast du jetzt für eine Quest? Ähm. Ähm. Der Eggless Griff. 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 Griffon. Der eierlose Griffon. Griffon? Ich habe ein Griffon Egg. Und wo hast du das her? Aber ich habe die Quest nicht. Keine Ahnung. Ich habe es irgendwann aufgesammelt. Aber. Wo ist denn der Questgeber? Ansonsten. Nett. Der ist da Richtung Wasserfall nach oben. Der heißt Nett. Da. Der ist oberhalb von der Dingens. Der ist oberhalb von seinem Haus. So. Komm. Komm. Hm. Hab ich das überhaupt im Minimental? Ne. Okay. So. Und der Rest. Ich glaube der Rest. Ich glaube der Rest können wir verkaufen. Quest updated. Welche Quest? Ich habe jetzt eine Quest geupdatet. Aber. Hä? Ich muss ja ein Ei suchen. Manchmal sind die Quests Updates sowas von nichtssagend. Ja. Eigentlich schon. Aber du musst nur wissen welche Quest. Jetzt wirklich. Ich habe zwei. Ja. Toll. Ich bin ja auch so doll. So. Haben wir überhaupt noch was. Irgendwas mit dem Quest zu tun? Also ich habe irgendwie gefühlt 40 Quests. Ne. Ich nicht so viel. Kleine Shopping. Das hat auch irgendwas mit dem Quest zu tun. Und die fehlen auch noch. Gut. Das habe ich ja eh. Ähm. Gut. Dann spreche ich noch mal mit. Wir sind mit allen hier. Äh. Nichts. Sorry. Okay. Komm. Wir können es mal zahlen. Oh. Jetzt habe ich wieder diese Uga Uga Sound. Wow. Hallo. Hier gibt es keine Quests. Irgendwie. Schau mal dein Quest Buch an. Ja ja. Ich meine schon dass da was gibt. Aber generell. Wenn ich hier quatschen. Die geben keine Quests. Nichts. Oh. Hier doch einer. Ach so. Ich hab. Äh. Delivery. Old Bristons Letter. Wir sind jetzt Briefträger geworden. The Pirate Captain Black Bros. Scheiße man. Ich habe so viele Goblins an der Backe. Ich sterbe gleich. Ich komme. Ich komme. Ich bin down. Mich haben 5 Goblins besprungen. Als ob sie. Als ob sie irgendwie mein Samen wollten. Ja. Viel Spaß. So bei der Samenbank. So. Ich brauche dieses Cutter. Ich brauche dieses Cutter. Ich brauche dieses Cutter. Und wo. Genau. Der Questgeber war von dem Scheiß Ei. Sag mal hier. Ähm. Ne. Den Quest habe ich ja gar nicht. Ich Affe. So. Eccles Griffon. Heißt ja. Achso. Nett. Warte mal. Ähm. Ich kann dir die geben. Die Quest. Wie? Ich zeig dir wo du sie abholen kannst. Achso. Sag mal du kannst sie rüberschieben. Nee. Ich brauche zuerst. Irgendwie Dizzy Juice oder so. Ich habe keinen mehr. Hier hast du Juice. Is alive. Is alive. Weil da in das Goblin Dorf. Da gehe ich nur noch mit deiner Hilfe rein. Oh. Ned Flanders. Wo ist hier Ned Flanders auf der Theke hier? Kommen wir mit dir. So. Aber ich glaube wir machen Ned erst das nächste Mal ne? Ja das finde ich aber nicht so nett. Ja. Dann ist halt das Nette erst in der nächsten Runde soweit. Und dann sehen wir uns auch wieder ne? Schauen wir mal euch geht's gut. Äh Corona sei Dank. Und öh. Dann sehen wir uns wieder. Tschüssi.